Die Firma Geismeyer ist seit über 100 Jahren, ob es um Neubau oder Modernisierung geht, ihr sympathischer Partner am Bau. Genauer gesagt seit 1905. Franz Geismeyer, der Urgroßvater, gründete den Baustoff- und Fliesenhandel. Mittlerweile die älteste Baustoffhandlung im oberschwäbischen Bodenseegebiet. Und durch Erfahrung wird nun bekanntlich klug und reagiert auf die gestiegenen Ansprüche der Kunden. Wir haben unser Sortiment erweitert, um Farben, Lacke und Lasuren. Es ist uns möglich mit unserer neuen Farbmischanlage, jeden gewünschten Farbton bis zu 1,2 Millionen verschiedene Farben direkt hier vor Ort zu mischen. Nicht nur Farben sind neu. Auch im Bereich der Werkzeuge und der Verbindungstechnik hat Geismeyer sein Sortiment erweitert. Das Wichtigste allerdings sind die insgesamt 28 kompetenten Mitarbeiter. Ein großes, wichtiges Thema, die Energieberatung. Herr Häfele berät Sie über zukunftsweisendes, energiesparendes Modernisieren. Ob Neubau oder Modernisierung, bei uns erhalten Sie vom Keller bis zum Dach alle Artikel. Hier sehen Sie zum Beispiel unsere Dachziegelauswahl. Auch im Bereich der Gartengestaltung kann sich die große Auswahl an Platten und Pflastern in der Außenausstellung sehen lassen. Highlight allerdings ist das neue Gebäude zur Präsentation der Fliesenauswahl. Die größte in der Region und einzigartig im Konzept. Besonders stolz sind wir auf unsere neue Fliesenausstellung. Hier zeigen wir Ihnen auf 400 Quadratmeter Fliesen aus ganz Europa. Und wer sich etwa sein Traumbad ganz individuell gestalten lassen möchte, kann sich vorab eine Vorstellung davon machen. Fotorealistische Badplanung am PC heißt das Zauberwort. Sehen Sie Ihr Bad schon, bevor es fertig ist. Mit unserer individuellen 3D-Badplanung. Im ersten Stock des multifunktionalen neuen Gebäudes veranstaltet Geismeyer Bauherrenabende und Handwerkerschulungen. Auch nach dem Einkauf bekommt der Kunde schließlich Unterstützung. Bei Baustoffen ist eines der wichtigsten Themen die Logistik. Deshalb haben wir über 20.000 verschiedene Artikel ständig hier für Sie am Lager. Und fahren Sie auch gerne jederzeit mit unseren Kran-LKWs auf die Baustelle. Seit über 100 Jahren Partner am Bau. Wer mag, kann sich am Wochenende selbst ein Bild machen. Wenn Sie uns kennenlernen möchten, laden wir Sie herzlich zu unserem Tag der offenen Tür am 26.04. hier bei uns in Tettnang ein.